Hallo Leute, ich bin hier gerade am Set für das neue VigoZone Video, das am 19. März erscheinen wird. Ich zeig euch mal, was hinterm Set abgeht. Das ist Adi und das ist Tommy von Mirrors FX. Der, der hier tanzt, ist Julian Bam von Juba Films. Peace. VigoZone! Powered by AOK Rheinland-Hamburg.